Ihr wollt euch bei uns in Jena und der Region für eure Mitmenschen engagieren. Aber die Umsetzung eurer Projektideen wird durch finanzielle Hürden und der Suche nach Unterstützern erschwert. Was wäre, wenn ihr mit eurer Idee ganz einfach mehr Menschen direkt erreichen könntet? Die Jena Crowd hilft euch künftig dabei. Auf der neuen Crowdfunding-Plattform der Stadtwerke Jena-Gruppe könnt ihr unter www.jena-crowd.de ab sofort eure kreativen Ideen vorstellen. Hier erreicht ihr ganz einfach eine Vielzahl von Menschen, die an euch glauben und ganz einfach zu neuen Unterstützern werden können. Und so funktioniert's. Ihr habt bis zu 60 Tage Zeit, um Spenden zu sammeln. Kommt die Wunschsumme zusammen, wird das Geld an euch ausgeschüttet. Gelingt die Finanzierung für euer Projekt nicht, erhalten die Unterstützer ihr Geld zurück. Dabei garantiert die Stadtwerke Jena-Gruppe komplette Transparenz. Alles, was ihr braucht, sind gute Fotos oder Videos, eine Projektbeschreibung und eine Zielsumme. Die Stadtwerke Jena-Gruppe prüft die Kampagne anschließend für noch größere Erfolgschancen. Zusätzlich erhaltet ihr Unterstützung durch ein Webinar und vieles mehr. So können eure Projekte auch in Zukunft zu mehr Lebensqualität und Zusammenhalt in Jena und der Region beitragen. Wendet euch mit eurer gemeinnützigen Idee noch heute an www.jena-crowd.de